Also hier stehe ich jetzt im Athletikum vom VfL Gummersbach. Als der Anruf von Christoph Schindler kam, war ich direkt Feuer und Flamme, weil ich irgendwo total noch diese Verbindung zur Marke VfL Gummersbach habe und ich gesagt habe, lass uns was umsetzen. Das ist auch mein Anspruch, jetzt in dem Bereich Handball, wo wir mit Matrix Fitness noch nicht so breit aufgestellt sind, einfach auch da die Jungs zu unterstützen, dass sie erfolgreich sind. Und ja, da wollen wir alles dafür geben, dass wir mit meiner Kompetenz, mit unserer Kompetenz von Matrix einen möglichst großen sportlichen Erfolg haben und Synergien rausziehen und da weiter vorankommen. Das ist mein Ziel und alles Gute VfL. Ja, also ich freue mich, dass wir mit Volker Lichte und der Firma Matrix wieder einen kompetenten Partner dazugewinnen konnten für den VfL Gummersbach, der die Professionalisierung im Umfeld weiter vorantreiben wird. Der Kontakt kam eigentlich durch den Arne Kraskowiak zustande, der ja unser neuer Athletiktrainer ist und die Jungs im athletischen Bereich top ausbildet. Und von daher haben wir jetzt mit den neuen Trainingsgeräten über die Firma Matrix die besten Bedingungen für die Jungs und können sie bestmöglich ausbilden und dann halt auch noch bessere sportliche Leistung zu erzielen. Bis zum nächsten Mal.